Setze dich nun bequem hin. Schließe sanft deine Augen und nimm einen tiefen, langen Atemzug. Spüre, wie du dich auf den Moment einlässt und die Geräusche in deiner Umgebung wahrnimmst. Lasse alle Gedanken und Sorgen des Tages los und bringe deine Aufmerksamkeit zu deinem Atem. Lenke deine Aufmerksamkeit auf deinen Atem. Spüre den Atem, wie er sanft in die Nase einströmt und ausströmt. Atme tief und bewusst ein und lass die Luft langsam und gleichmässig aus deinem Körper entweichen. Fokussiere dich auf den Rhythmus deines Atems, während du dich entspannst. Richte jetzt deine Aufmerksamkeit auf deinen Körper. Spüre, wie sich deine Muskeln entspannen. Beginnend von deinen Füssen bis hin zu deinem Kopf. Lasse jede Anspannung los und erlaube deinen Körper, schwer und ruhig zu werden. Fühle die Verbindung zwischen deinem Körper und der Unterlage, auf der du sitzt. Stelle dir vor, deine Gedanken sind wie Wolken am Himmel. Beobachte sie ohne Urteil, wie sie vorüberziehen. Wenn Gedanken auftauchen, lass sie einfach weiterziehen, ohne dich daran festzuhalten. Kehre immer wieder zur Beobachtung deines Atems zurück. Beginne nun, deine Aufmerksamkeit sanft zu deinem Herzen zu richten. Spüre den Rhythmus deines Herzschlags. Lasse Gefühle von Liebe und Mitgefühl in dein Herz fliessen. Wenn du möchtest, denk an jemanden, den du schätzt und sende ihm positive Gedanken und Wünsche zu. Genieße einen Moment der Stille. Lasse los von deinen Anstrengungen und sei einfach da. Erlaube dir, diesen Raum der Ruhe und des inneren Friedens zu erfahren. Verweile noch einige Atemzüge in dieser Ruhe und in diesen Frieden. Erlaube dir, diesen Raum der Ruhe und 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 der Ruhe. Mit dem nächsten Atemzug kannst du langsam deine Augen wieder öffnen und zurückkehren in die gegenwärtige Realität. Beginne sanft mit Bewegungen, die deinen Körper jetzt gut tun. Spüre hinein, wie diese Meditation eine Atmosphäre von Ruhe und Klarheit in deinen Geist gebracht hat.